Hallo, mein Name ist Sabine Liebl und ich gebe einen Kurs für Magie des Lebens und Magie der Liebe. Da werde ich immer, immer individuell channeln. Das bedeutet, die Engel sagen mir, welches Thema jetzt für euch heute zur Verfügung steht. Alles was euren Körper braucht an Energie, an Informationen für euer jetziges Sein, schicksalsgerecht, wird bei diesen kurzen individuell bearbeitet. Jeder kann Fragen mitbringen, jeder kann auch seine Familienmitglieder mitbringen, energetisch gesehen. Und wir werden das alles dran nehmen, was jetzt für euch notwendig ist, um in die Magie der Liebe, in die Magie des Lebens reinzukommen, in den Flow zu kommen und dass es euch einfach gut geht. Ich biete diese Kurse monatlich an, einmal Freitagsabends und Samstagsmittags. Da wird ganz viel Information preisgegeben, ganz viel wundervolle Energie laufen da und ich freue mich auf eure Anmeldung.